Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Ich beschütze die Unschuldigen. So viele Ziele und nur so wenig Zeit. Wie immer. Ich starte durch. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. So viele Pfeil. Unterdrückungsfeuer. Ich werde unsere Feinde dort trinken. Und sie es am wenigsten erwartet. 5 4 3 2 1 Angriff beginnt Eskortieren Sie die Kracht zu Ihrem Ziel Doppelkill Die Kracht ist auf dem Weg Der Oh, herrlich. Der Feind kennt sich nicht mehr. Zurück auf Patrouille. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Nein. Ich bin wieder bereit. Ich bin wieder bereit. Ich beschütze die Unschuldigen. Danke für die Unterstützung. Achtung! Wir müssen zusammenarbeiten. Bewegt die Bracht. Da sind Dreckskader. Vorsicht. Unterdrückungsfeuer. Ich habe dich im Visier. Das passiert mir nicht nochmal. Das ist eure Ge- Online-Early. Noch 10 Sekunden. Die Zeit ist gegen uns. Vorwärts! Achtung! Dein Eingang. Die Bracht bewegt sich längst lang. Jösen würde das! Ich geberte die Bracht. Hörter Eingang! Hörter Leeu three. Highlight des Spiels. Älpös! Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihre Helden. Ich beschütze die Unschuldigen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich warte nicht mehr. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampfeinsatz. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Diese Chance wird nicht verschenkt. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer in 30 Sekunden. Halten Sie die Waffe auf. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer in 30 Sekunden. Unterdrückungsfeuer. Heißweiß. Feindgeschütz gesehen. Ich starke dort. Ziel ausgeschaltet. Feindliches Geschütz aus dem Verkehr gezogen. Unterdrückungsfeuer. Ich bin Feuer und Flamme. Feindgeschütz gesichert. Unterdrückungsfeuer. Komm, komm. Heißweiß. 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 Zurück auf Patrouille. Zurück! Zurück auf Patrouille. 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 Mein Team braucht mich. Noch 30 Sekunden. Das ist jetzt nicht Ihre Sache. Nur weiter so! Das ist jetzt nicht mehr so wie ein Tag der female Besuch! Eins-Gel-Geräten, da sind die Feuchtigkeit. Jetzt sind eine solche Borel, sie sind sehr wichtig. Und jetzt ist das ja schon die Laufkantik. Und jetzt schreit Sie es noch alle! Dass man die Anwälte hat, ist das ja gut! Ja, das ist ja ein bisschen so. Es ist ja genau wie es sein ist! Und das ist ja auch die Schüche. Highlight des Spiels Highlight des Spiels